Max! Ja! Du scheinst ganz gut anzukommen bei den Frauen. Ich... Wer gefällt dir denn so am besten bis jetzt? Ja, vom Äußerlichen ist Paulina, Sandra und Sabrina, so vom Optischen her. Wen wirst du heute wählen? Heute werde ich die Paulina wählen. Paulina? Ja. Die sind natürlich jetzt ein Todesentusch. Ich habe mir halt was anderes gewünscht, weil ich eigentlich nicht denke, dass wir ein Perfekt-Match sind. Seitdem Kim und Mike kein Perfekt-Match sind, hast du Max ein kleines bisschen liegen lassen heute, ne? Konzentrierst du dich auf Mike jetzt? Ja. Kim, haben die beiden deinen Segen? Absolut, ich kenne keine Konkurrenz. Mich findet man nicht zweimal. Ich weiß genau, für das richtige Leben wird das kein Perfekt-Match sein. Jetzt stehst du ja erstmal hier mit Max. Ja. Was gefällt dir an Max? Erzähl mal, komm. Ja. So viel schon, merkst du das? Super. Zum Küssen reicht's aber. Sollen wir nochmal? Ne. Oh, schade. Wir haben kein Gesprächsthema, keine... Ja, dafür sind wir gestern nicht so weit gekommen tatsächlich. Habt ihr deswegen geknutscht, weil ihr keine Gesprächsthemen habt? Ich flitz einfach nicht mit Max, ganz einfach. Also küssen schön und gut, das will ich auch nicht mehr. Dann schauen wir mal. Einloggen bitte. Dankeschön. Vielen Dank. Dankeschön. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.